Wie bekommt man möglichst viele von diesen schönen Lampen auf eine Palette? Ganz einfach, man macht die Verpackung kleiner. Oder noch schlauer, man macht es wie die Schildkröte. Sie kann nämlich etwas ganz Besonderes. Sie lässt ihre Füße im Panzer verschwinden. Das kann unsere Lampe auch. Wir lassen einfach ihren Fuss im Lampenschirm verschwinden. So wird der Lampenschirm zur Verpackung. Jetzt passen noch mehr Lampen auf eine Palette. Das spart Lager- und Transportkosten. Ach ja, und die Verpackung natürlich auch. So entsteht kein unnötiger Müll und kein unnötig hoher Preis.